Schweinfurt. Kunst, Kultur und Industriemetropole. Wichtige Unternehmen wie Schaeffler, ZF oder Bosch Rexroth investieren hier in die Zukunft. Das wollen wir auch. Unser Entwicklungspotenzial liegt auf den ehemaligen Ledward Barracks. Dort sollen Wissenschaft, Wirtschaft und Innovation wachsen. In neuen Räumen für die Wissenswerkstatt der Stadt Schweinfurt erleben schon Schüler die Faszination Technik. In einem Startup-Center sollen visionäre Ideen geboren und Schweinfurts erfolgreiche Industriegeschichte weitergeschrieben werden. Eine alte Panzerhalle soll zum Zukunftstransferzentrum werden, wo Fraunhofer mit dem Projekt KI Now und die FHWS mit dem Studiengang Robotik wesentliche Impulse für die Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandorts Schweinfurt setzen. Dazwischen entsteht mithilfe der Landesgartenschau 2026 ein Bürgerpark für alle Generationen. Ein Treffpunkt für Lehren und Lernen, Erforschen und Entwickeln, Spiel, Lieben und Leben. Willkommen in Schweinfurt. Zukunft findet statt.